Studierende leisten im Praktika einen wichtigen Beitrag im österreichischen Gesundheitssystem. Um sich neben einem Vollzeitpraktikum den Lebensunterhalt finanzieren zu können, braucht es eine ausreichende Bezahlung der Praktika. Im Universitätsgesetz ist geregelt, dass durch die aktive Teilnahme an der Betreuung von Patientinnen kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis begründet wird. Viele Krankenhausträger reden sich in Gesprächen mit uns darauf hinaus, dass aufgrund dieses Paragrafen keine höhere Bezahlung notwendig ist. Es ist daher dringend notwendig, diesen Paragrafen zu ändern und Studierende im Praktika ausreichend zu bezahlen, sodass eine eigenständige Lebensführung tatsächlich möglich ist.